Was bisher geschah in Gotik 3? Aua. Okay. Äh... Genau. Bring mir etwas über alte Magie bei. Altes Wissen. Mhm. Mhm. Weiter so. Gut so. Nass. Was geht ab, meine Freunde? Und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gotik 3. Ja, wir sind bei der Arena stehen geblieben. Man muss eben aufpassen. Und, ähm... Ja, haben wir die, äh... Ja, wollten eigentlich sozusagen in die Arena gehen, ne? Ja, haben wir uns jetzt das Gold geholt von lieben, ähm... Ähm... Eshten... Wir kämpfen dann erst in der Arena und verpfeifen den Jungen dann. Hallo Eshten, hier, äh... Hat das Preisgeld hier jeder bezahlt? Hat das Preisgeld hier jeder bezahlt? Was denkst du denn? Ohne Preisgeld, kein Kampf. Ganz einfach. Du bekommst dein Geld zusammen mit meinem zurück, sobald du mich in der Arena besiegt hast. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ähm... Ja. Kann dir doch egal sein. Ich hab damit, wenn das so einfach wäre. Äh, dann kämpfen wir mich. Kämpfen mit mir. Langsam, Börschchen. Ich bin hier der Champion. Vielleicht solltest du dich erstmal warm machen, bevor du mich herausforderst. Ich steige erst mit dir in die Arena, wenn hier kein anderer mehr gegen dich antreten will. Oha. Na gut. Hier hast du mein Preisgeld. Hier hast du mein Preisgeld. Sehr gut. Willkommen in der Arena von Montera. Hahaha. Das hat uns gerade noch gefehlt. Gut. So. Welchen der Kollegen kann ich... Kann ich Hugo? Kämpfe mit mir in der Arena. Kämpfe mit mir in der Arena. Okay. Dann werde ich mal meine müden Knochen in Bewegung setzen. Was? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ja. Super. Besiege Hugo. Wir speichern mal. Komm her, Börschchen! Leute! Au! 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 damit besiegt egal jetzt kann ich dir mal zeigen was ein dieb so alles kann thank you nummer 500 erfahrung ja dass sie bis handwerk mr maria eschen ok mit mir also dann wir sehen uns in der arena dann zeig mal was du drauf hast das war knapp sehr schön nichts da ist nicht zu holen ok da gibt es nicht zu holen ok ist in ordnung ich denke mir erst mal ein bisschen fleischi das läuft sehr schön aber das ist der kern mit dem nicht schlecht du hast mich glatt umgehauen mann hier ist ein preisgeld lasst uns kurz in ruhe reden das ist doch ein sklaver oder die den sklaver ok die dörr orksöldner die liter orksöldner orksöldner da ist dann ja jugo habe ich ja schon hohen wir uns jetzt den guten denn steigt mit mir die arena nichts lieber als das sehr schön wir siegen denn das speichern noch mal ab komm her bürschchen leute au 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 ja lieber denn stehen sie doch mal wieder auf du bist gut man siehst gar nicht so aus wenn du mich fragst was ist mit deinem preis du kannst man sklaven mitnehmen ich habe keine richtige verwendung für ihn wenn du kein ärger mit meinen herren haben willst redest du besser nicht mit mir er heißt denn und ist gladiator also sie dich vor du arbeitest wieder für so bot da wenn du das sagst ich bringe dich weg gut den jetzt wieder zu der boter bringen müssen wir noch jetzt klar und mieten auch irgendwie wegkriegen aber wenn ich jetzt klar so mit mir greifen die orks mich glaube ich so an gut was läuft hier alles bisher der sklave des gladiators denn ist wieder dein eigentum du bist gut habe nicht einen moment daran gezweifelt hier dein lohn geht's besser ja ich gehe ja schon bei mir nicht an du kleiner lümmel so ja ja späer jugo habe ich besiegt den orks habe ich äh litte seltener orks seltener oder fedor habe ich besiegt orks seltener den habe ich besiegt ja echt du bist der nächste würde ich sagen die späer irgendjemand möglich ist alles kann ihr aber egal muss eben aufpassen was man so rum erzählt als ob ich nicht schon genug probleme hätte kann dir das egal sein ein orks seltener orks seltener eschten ja jugo habe ich ja besiegt es Goose. Genau, Goose können wir noch besiegen. Speichern und auf geht's mit Goose in die Goose. Ah, ah, ah. Komm, 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 komm. Sehr schön. So, einen Augenblick bitte. So. So. Da bin ich auch wieder, da bin ich auch wieder wieder. So. So, hallo, Goose. Da ist nichts mehr zu holen bei Goose. 129 Stärke schon. Uh, will ich noch Ashton auf die Mütze hauen? Goose, steh auf, komm. Nee, wir sprechen uns noch. Alles noch dran? Respekt. Hast deinen mordsmäßigen Bums, Bruder. Hier ist dein Preisgeld. 300 Gold und mal 500 Paar. So, Mr. Ashton hier. Ich glaube, alle besiegt. Ja, was willst du hören? Das war doch noch nie anders. Mach dich bereit, großer Champion. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Du willst mich tatsächlich herausfordern? Wie du willst. Hör doch auf. Jetzt bekommst du deine Packung. Meinst du? Ich glaube, ich bin stärker wie du. Und ich glaube, ich hab auch... Oh, ja. Komm her. Du hast gar keine Chance. Da ist nichts, da ist nichts mehr zu holen. Ich hab damit kein Problem. Ich lass mal hier alles ein Arena nebenbei. So, wollen wir mal gucken, was der vielleicht dazu sagt. Du, ich bin jetzt das Filmchen, ne? Tut was weh? Ja. Wer ist jetzt der Champion? Du Dreckskerl. Hast mir alle Knochen gebrochen. Hör auf zu weinen. Ich will mein Gold. Ja, ja. Hier ist dein Preisgeld. Du hast da noch was vergessen. Ja. Und die 500 Goldmünzen von mir dazu. Jetzt zufrieden? Ich weiß mal. Sehr schön. So. Feichern wir einmal und reden ihn auf was. Du betrügst Marek um seine Kohle. Na und? Was willst du dagegen machen? Ich weiß, Mann. Ich weiß. Okay. Was willst du dagegen machen? Hä? Wow. Du hast echt glatt aus den Latschen gepuldet. Das hat bisher noch keiner geschafft. Lass mich. Was willst du? Okay, der will nicht mehr mit mir reden. Wir haben ein... Hast du nichts zu tun? Am besten du erledigst das selbst. Es gibt doch nur wieder Acker. Störe mich nicht. Okay. Marek, wo bist du? Ah ja, der ist ja wahrscheinlich... Sehr schön. Wir haben aber keinen Schuh aufsteckt. Oh, wir haben ja LPN-Punkte. Das ist sehr gut. Wir haben ja ein Level abgekriegt. Hallo Marek. Ich habe gehört, du hast Ashton im Kampf besiegt. Alle Achtung. Da kannst du stolz drauf sein. Danke. Wegen der Söldner. Ashton unterschlägt dir Gold für die Arena-Wettkämpfe. Tatsächlich? Woher willst du das wissen? Ich brauche Beweise. Du solltest meinen Rat annehmen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ähm... Beweise? Am besten du hältst dich da raus. Warte mal. Gibt es hier nicht irgendwo dieses komische Büchleit? So dreckiger Dieb! Hoppala! Okay. Das hat er gesehen. Scheiße. Also habe ich nicht schon genug Probleme hätte. Als wenn das so einfach wäre. Ich werde einfach abwachen. Gut. Äh, er braucht Beweise. Warte mal. Hatte der nicht... Ja, Schild kann ich ja eh nicht tragen. Weizensack habe ich hier nur über... Ja, Feuerkechen habe ich schon zwei, glücklicherweise. Äh... Du wirst einfach abwarten. Ja, dann warte du mal ab. Äh... Ja. War weg. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hab gehört, du hast Ashton im Kampf... Alah. Ich denk darüber nach. Wegen der... Ashton. Ja. Schau was hier. Das hier habe ich in Ashtons Versteck hinter der Arena gefunden. Hör bloß auf mit der Schild. Da hast du wohl doch recht gehabt. Der Hund sagt sich das Gold scheffelweise ein. Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit dem Kerl reden. Sehr gute Arbeit. Hier dein Sold. Sehr schön. Sehr schön. So. Dann der nette Heer hier. Der ist ja dauerhaft in seiner... Ja, wenn ich da sein Buch... Ich glaube... Das kriegt er ja mit. Ihr seht das ja. Warte mal. Jetzt guckt er... Er guckt mich jetzt an. Hey du! Was schleichst du hier rum? Na? Gut. Dann würde ich jetzt mal sagen. Wir haben... Ja. Schmiedekunst. Erzwaffenschmied. 25 Schmieden. Waffenschmieden ist gar nicht so blöd. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Er kann mich... Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ich werde dir dies... Ich werde ihm... Ich werde ihm überlegen. Äh... Starker Schwertkampf. Ich bin natürlich... Oh, sonst... Schwertkampf... Schwertkampf heißt das ja sowieso. Wir brauchen 150 dafür. Gut. Äh... Jagdgeschick. Wer kann uns denn jetzt Jagdgeschick doch beibringen? Orgtöter. Orgjäger. Wir könnten einmal nach Cap Dune reisen. Da weiß ich hundertprozentig, wer mir Jagdtalente. Äh, Montera, Cap Dune. Da kann so nämlich der Jens was beibringen. So, hallo. Ja, ich weiß, dass die alle Ruhe zeigen. Warum auch immer, weil ich zuletzt mit den Rebellen gesprochen habe. Hallo, Jens. Wie geht's denn so? Du könntest mir hier was für die Jagd beibringen. Bring mir was über die Jagd bei. Ja, gerne. Ich hätte gerne Jagdgeschick plus 5. Nochmal plus 5. Zum Beispiel mal 33. 133. Ähm. Oh ja. Da könnten wir das auch noch beim nächsten Mal lernen. Ich glaube, das machen wir dann auch. Tierfälle nehmen und äh, Kap Thielen heute. So, dann holen wir uns noch mal eben ein bisschen Lebenspunkte. Für den einleeren Punkt. Hallo, Belia. Belia. Hätte gerne Lebenskraft. Bewähre mir Lebenskraft. Ja, ja. Einmal plus 4. Zurück. Ende. Ja, damit haben wir jetzt erstmal 174 Lebensenergie. Äh, 274. Natürlich. Ähm. Okay. Jetzt wollen wir eben mal gucken. Äh, befreie Kap Thielen. So, beseitige die Sklavenwache. Marek mit Bradley. Genau, die Sklaven. Äh. Genau. Den, so, botanmaschinen Sklaven von Torek haben. Wir gucken mal eben auf die Uhr. Oh, da hat uns Zeit. So. Das hätte ich noch besser wissen. Borek. Kann ich? Ähm. Zeig mir deine Ware. Ähm. Bastardschwert. Die würde mir 90 Schaden geben. Was frage ich denn gerade? Ja, warum nicht? Ja, das Fenster, wenn es sich schwer ist, ist doch... Äh, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So. Das kann weg. 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 Nagelkeule. Kann auch weg. Die Hellebade kann mit Großraffen benutze ich gar nicht. Die Axt kann auch weg. So, davon noch welche. Das noch abgeben. Das noch abgeben. Gold ausgeben. Bastardschwert. Eine Rubin-Klinge. Bauplan für die Rubin-Klinge. Die 4000. Ähm. Den Bauplan könnte ich mir schon mal holen. Und dann 28.000. Ne, die Bast... 24.000, der verdankt das Doppel da dafür. Alter. Oh. Einen. 16.000. Dann hätten wir noch 10.000. Ja, machen wir. Sehr schön. Ähm. Wenn ihr so weitermacht, wird das lieber... Äh. Tambors. Bastardwert. Wenn die Rubin-Klinge brauche ich mir 140 für. Macht aber auch 85. Was brauchen wir denn davon? Ein Erzrohling. 500 Münzen. Und einmal Licht. Okay. Ähm. Warte mal, da ist doch... Mir fehlt die nötige Erfahrung. Oh, Klingenschärfen. Das wäre auch eine nice... Äh. Machen wir eine nice... Ja, Klingenschärfen können wir auch am besten. Äh, Klingenschärfen, Klingenschärfen. Nächstes Loot... Da machen wir... Doch. Nächsten Level abmachen wir Klingenschärfen. So, äh. Wir speichern hier jetzt mal einmal. Weil ich den... Ich bin... Ich bin's... Du arbeitest jetzt wieder für Sobotta. Auch gut. Ich bring dich weg. Gut. Hey, bleib stehen, du Misskerl. Was fällt dir ein, meinen Sklaven einfach mitzunehmen? Ich bezahl dir den Burschen. Bezahlen? Erstmal bezahlst du mir deine Dreistigkeit, dich zu bestehlen. Gib mir tausend Goldmünzen. Und die Sache ist vergessen. Ja, ist okay. Hier hast du deine tausend Gold. Gut. Und jetzt gibst du mir weitere hundert für den Sklaven. Ja, hier. Hier sind nochmal hundert Gold. In Ordnung. Die Maura-Saheins kann hier gehen. Was ist denn so? Boah. Weil ich hab keine Lust mit drei Orks jetzt zu kämpfen. Und der Rest kommt ja auch noch. So, den schicken wir jetzt nach Sobotta. So, die... Dann kümmern wir uns einmal um den Skla... Den... Den... Söldner da oben. Torek-Sklave arbeitet wieder für dich. Sehr gut, Fremde. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Deinen Lohn erhältst du auch sofort. Sehr schön. Nochmal tausend. Gieß ja mal meine tausend Gold wieder. So, du bist jetzt weg. Ähm... Ja, du konntest ja leider nicht vorher mit dem reden. So, ähm... Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Was kann denn schon groß passieren? Schmied-Rezepte, genau. Alchemie. Ja, wir könnten natürlich ein paar Heiltränke herstellen. Am besten du hältst dich nicht. Ähm... Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ich weiß, man ist nicht... Oh, kein Alchemie-Tisch hier vor der Nase. Oh, okay. Gut. Dann, äh... Würde ich sagen, wir gucken nochmal eben auf die Uhr. Oh, ja. Wir können, äh... Aufgaben. Äh... Marek will break... Genau, die Sklavenliste wird noch mit. Halb die Pacht. Pacht eintreiben. Jawohl. Dominik war doch der hinter hinten, oder nicht? So. Gut. Können wir mal was zwischenzeitlich mal essen. Jo. Sind die wieder aufgefüllt. Und diesen einen Lernpunkt werden wir dann immer so für Lebenspunkte benutzen. Weil ich war ein schnelles Lernen, den wir extra kriegen. Wo Lebenspunkte und Ausdauer so ein bisschen ausgeglichen. Dominik! Ne. Du bist nicht Dominik. Dominik ist der da hinten dann. Schade. Sind wir unnötig gelaufen. Dann müssen wir noch einmal den Einkehr nach... Ne. Nach Okara bringen, genau. Einen müssen wir ja noch nach Okara bringen, ein Sklaven. Wer wollte denn dann, dass ich die Pacht einträume? Marek! Dominik! Wo bist du? Wie sieht's aus, Arena Champion? Hä? Ich hab damit kein Problem. Irgendwann ist doch das vorbei. Wer ständig alles umherzählt sich niemals ändern. Ich werde einfach abwarten. Achso, ja. Das ist der... Das ist der... Ähm... Naja, ich weiß, wer das ist. Da müssen wir... Da können wir ganz hinterherlaufen. Ne, da hab ich da keine Lust drauf. Wir können uns mal um den Söldner da hinten kümmern. Damit die Jungs da hier euren Treffpunkt haben können. Ähm... Vielleicht können die mir dann mal sagen, wer euer Verbindungsmann bei den Söldnern ist. Äh... Äh... Geh wieder an die Arbeit oder ich mache Meldung bei deinem Vorgesetzten. Tatsächlich? Uh! Da krieg ich ja richtig Angst. Verschwind einfach, du Spinner! Weißt du was? Der Hügel hier ist zu klein für uns beide. Ach ja? Und was willst du jetzt dagegen unternehmen? Boah, Alter! Ich werde einmal vergucken, ob ich mit meinem Arig reden kann. Ansonsten haue ich dir so auf die Fresse. Junge, bist du ein pinotrantes Arschloch, Alter. Ja, die Sklavenwachen müssen wir noch wegkriegen. Irgendwie darunter locken. Hör bloß auf. Ist schon schlimm genug, wie es ist. In der Kern nicht einfach mal abhauen. Meine Fresse. Habe weg! Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wegen der Söldner. Ist das dein Ernst? Einer deiner Jungs drückt sich vor der Arbeit. Lass mich raten. Sind ich die Warnung schon wieder, stimmt's? Das war das letzte Mal. Geh und sag ihm, dass ich seinen Söld kürze. Jawohl! Dankeschön! Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Ja, der Trano hat ein mächtiges Problem. Ich werde einfach abwarten. Na und? Wie das einfach überhaupt nicht interessiert hat, dass man das gesagt hat. Ich gehe euch zu deinem Vorgesetzten, Alter. Ist ja nicht so, dass ich der Arena-Champion bin und angesehen bin hier im Dorf. Ähm. Was habe ich denn? Oh, ein 73er Rufstand habe ich. Oh, ich bin sehr, sehr... Hey, Trano! Marek hat dein Söld gekürzt. Ich wusste, dass du mich verpfeifen würdest. Du Drecksack! Das merke ich mir. Das ist mir egal! Also arbeitest du jetzt wieder, oder was? Reg dich ab. Ich gehe ja schon, du Spinner. Ja, beweg dich, Trano! So, jetzt kann ich denen das Jungs deinen Bescheid geben. Hehehe. Ja, was drückst du dich auf hier vorne? Du Troll! Oh, der Waldbäre. Nehmen wir nochmal mit. So, mein Freund. Wo bist du? Nein, nein, nein. Da. Oh, tschüss! Euer Treffpunkt ist sauber. Du bist gut, Mann. Jetzt ist die Situation nicht mehr ganz so aussichtslos. Was ist jetzt mit eurem Kontakt, Mann in Montera? Wer es genau ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er uns ein Zeichen schicken wollte, wenn es so weit ist, loszuschlagen. Seitdem warten wir hier wie die Idioten. Verstehe. Oh, er ist sagen, ich habe nur keine Ahnung, wer das ist. Oh, was haben die denn die Krüger? Mal gucken, was die Jungs da drüben zu tun haben. Mal gucken, was die Uhr gerade sagt. Wir haben noch ein paar Minütchen. Können wir bestimmt... Da ist er. Ich habe mich alle getötet. Geh du, Manu. Trano. Bewicht deinen Arsch. Du bist so langsam. So. Die Jungs wollen, dass ich dich sklaven. Wachen da weglocker. Klar. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Äh. Scheiße. Ja. Ich brauche deine Hilfe bei einem ziemlich großen Reptil da hinten. Ha, du Schwächling. Wo ist das Vieh? Ein paar Meter den Südweg entlang. Aus dem Weg. Lass mal den Meister ran. War ich an? So. Mein Freund. Ich ruhe mich aus. Ja. Soll ich jetzt direkt zu den Rebellen, ja? Jetzt wirst du bluten. Ich mach dich fertig. Gah. Ah. Gah. 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 Huah. Gah. Gah. Verdammte Scheiße. Hier ist grün. Warum kann ich... Boah, nein. Nein. Nein! Na also. Die schnapp ich mir. Na? Dann pass mal gut auf, Morrer. Weich an. Weil ich eine Leiche. Reagierst du da drauf? Komm, was machen wir noch? Die Sklavenwagen ausschalten. Das war Nummer 2. Haben wir 4 Bonn? Ja. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Was? Irgendwann ist auch das vorbei. Ach, du Scheiße. Am besten, du hältst dich da raus. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Der Kampf wird nicht lange dauern. Warum glaubt ihr denn das? Ich dachte noch mal vor... Komm schon, das schaffen wir. Ich glaube, dass du dafür verantwortlich bist. Warum? Woran erkennst du das? Ich weiß nicht, das ist der Tod. Ich weiß nicht, das ist der Tod. Nein, ich bin nicht dafür verantwortlich. Nein, nein. Na gut, jetzt werde ich dich ja mal bestechen. Ich habe ja genug Gold. Nein, ich bin es nicht. Vergessen wir die Sache. Dieses Mal lass ich... Mach hier nicht noch mit. Dein Boss sucht dich. Was will er denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung, frag ihn selbst. Wo ist er denn? Er wartet auf dich, ein Stück den Südweg runter. In Ordnung, ich gehe. In Ordnung, ich gehe. Komm schon. Die paar kleinen Sklavenwachen kriege ich doch hin. Er ist ja nur jetzt problematisch, wenn die jetzt auf einmal... Der mich sofort angreift, der vierte. Deswegen schweiche ich jetzt nicht. Die haben ja geschweichert, nachdem ich den links getötet habe. Oh, vier Sklavenwachen töten, Alter. Ich habe doch einen guten Ruf im Montera. Ich habe doch einen guten Ruf im Montera. Oh. Oh, da hat er nichts gemacht. Gut. Ah, wenn hier so ein bisschen versteckt ist. Aber so, let's... So, jetzt... Wir speichern noch nicht. Keine Ahnung, was die vierte Wache jetzt zu uns sagt. Halt! Du wirst hier als Mörder gesucht. Was? Vergessen wir die Sache. Nein, ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Was? 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 Ich bin keinem. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Da! Es gibt einen Kampf! Oh! Ja, okay. Okay, die Quest ist problematisch. Ich bezahle die 500 Gold jetzt und mache das nicht. Halt! Halt! Wir sind immer noch auf der Suche. Kein. 500 Gold hier. Die... Mache. Ende. Nein. Ja, wenn der nämlich jetzt auch auf mich ist, dann greifen die ganzen Hirniesmechanen. Tja, da haben wir einen Misch. Lass mich vorbei. Sehr schön. Gut, meine lieben Freunde. Aber das war es dann für heute mal wieder. Wir hatten uns gerade mit ganz Montera gerade angelegt. Das wollte ich nämlich nicht. Also meine Freunde, ich hoffe, es hat euch mal gefallen. Ja, lasst euch gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung. Würde ich mich sehr darüber freuen. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter in Montera. Wir werden diese Liste gleich abgeben, die wir uns jetzt gerade geschnappt haben. Ich frag mich, dass die Ochse darauf kommen, dass ich die Ochse umgebracht habe. Scheiße. Ja, also meine Freunde, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, das doch gerne... Ja, habe ich ja schon gesagt. Jetzt, meine lieben Freunde, könnt ihr natürlich da euch die Playlist anschauen von Gothic 3 und darüber natürlich mein Nebenprojekt Age of Empires 2, die Divinity Edition. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sage Tschülle, haut rein, ich bin der Herzen und bis dann.